Hier ist dann die Szenerie oder das Bild für die letzte Szene. Wir können einfach einen Augenblick machen. Wir müssen natürlich, weil es hier so unglaublich ist, nachsignalieren. Das ist aber eigentlich ganz gut, weil das reinpasst in diese Krühe oder Artikelzielle, was wir aus Küche machen wollen. Dann sitzt man hier im 2er-3er-Grübschiff und dann hat man im Hintergrund ein Panorama von der Solarzellenlandschaft. Man könnte das aber auch überlegen, wenn man z.B. da unten hinsetzt. Da ist die Struktur halt wunderschön. Und da muss man halt irgendwie alles aufgerissen. Genau, also hier ist dann jetzt die Situation, dass wir uns praktisch krügeln oder ringeln oder so. Legt man jetzt auch mal auf den Boden, da wird dieses Geräusch natürlich da. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir das irgendwie mit dem von oben kommen oder vergleichen. Vielleicht kannst du auch mal, ich weiß nicht wie die Sache ist, wenn du jetzt mal ein bisschen um mich rumgehst. Wie bist du denn jetzt überhaupt dran? Sehr, sehr, also relativ tätig. Das entspricht wohl 50 mm. Die sind ja praktisch in dem Bereich dann ungefähr und würden sich dann in so einem Spektrum auch bewegen. Also wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie das Groschen dann herumlaufen oder so. Wahrscheinlich eher auch auf der Stelle. Eigentlich erst mal am liebsten, wenn es halt wirklich auf den Kopf drauf ist, dann können wir mit dieser Geschichte auch einfach ein bisschen nicht da rangehen. Ich bin hier, weißt du? Es ist halt ein bisschen schwer, jetzt mit zwei Personen irgendwie den Raum auf dem Kopf zu kommen. Jetzt bin ich ja auch ein bisschen sehr ausüben.